Aaaaaaah! Hey! Der Herr Koronio! Das vermacht Ihnen zum Wiederaufbau seines Heimatdorfes Dollar 100.000! Ja, was warten wir denn noch? An die Arbeit! Ich behaupte, dass Ihr mir eine Erbschaft unterschlagen habt. Ja, das macht Ihr immer so, wenn Ihr mir mein Geld uns gebt. In Ruf mögt's Glückes Lader bringen, Herzen singen und als Opa weh! Hahaha! Klinemensch glaubt ein Gucker uns im Ruf! Klinemensch glaubt ein Gucker uns im Ruf!